So, hallo Leute, hier ist Vianessi. Heute muss ich mal bauen. Wieder mal. Okay, das kann ich nicht mehr runter. So, ich will jetzt endlich einen Stall bauen. Hier sind meine Hühner. Hier sind meine Kühe. Erstmal gehe ich mal meine Kühe mal rein. So, kam hier Kühe. Ja, du komm auch rein. Ja, endlich. Oh, leider ist es auch wenig Kühe hier. So, Moment. Jetzt gehe ich jetzt mal nochmal ins Bett. Okay, jetzt gehe ich mal kurz nach Hause. Jetzt machen wir Essen schnell. Nein. Ich habe schon gedacht, es kommt schon ein Zombie. Nein, es kommt kein Zombie. Okay, und jetzt geht es wieder weiter. Juhu. Ah, mal kurz, mal kurz ein Fenster mal gucken. Ja, mal kurz warten. Was ist da? Na, stirb. Stirb. Jetzt. Jut. Gut, ich will hier gerne mein Stall haben. Ja, hier will ich gerne mein Stall haben. Ja. Oh, ja. Jut, dann muss ich jetzt mal eine Schippe kraften. Die brauche ich. Sonst geht das nicht. Jo, ja. So. Was wird das hier? Hab ich Stein? Ja, Stein habe ich. Ich habe gesagt, ich habe eine Schippe. Dann nehme ich das mal weg. Dann nehme ich das hier. Das muss ich hier erstmal alles weg machen. Ja, das muss weg. Jo, jo. Das muss alles weg. Hier halten die Löcher. Muss ich dann wieder zustöpfen. Ja, das muss ich jetzt alles weg machen. Nein, das brauche ich nicht mehr jetzt. Okay, das muss ich jetzt wieder zumachen. Jetzt wird das hier alles mal alles einsammeln. Okay, es wird jetzt ein bisschen länger dauern hier alles. Das liegt das hier alles an. Abgefahren, aber. Naja, so macht es besser. Genau, so ist das viel besser. Genau. Ich muss jetzt bis bis hinten hin. Wann ich brauche, das alles hier glatt zu haben. Das dauert jetzt ein bisschen, Leute. Tut mir leid. Aber das muss ich dann machen. Juh. Gut, aber jetzt müssen wir Steine loswerden. Sand. Und jetzt mag erst mal hier alles hin. Ist hier irgendwas drinnen? Wollte ich noch abbauen können. Jetzt kann ich erst mal zu machen. Ne, alles weg. Gott. Gut. Und da brauche ich nicht mehr hin. Das kann alles zugemacht werden. Da brauche ich nicht. So, das wird alles zugemacht mit Sand. Man, das brauche ich alles nicht mehr. Jetzt brauche ich alles nicht mehr. Jetzt einfach mal eine Ebefläche wird hier. Ja. Gut. Entschuldigung Leute. Jetzt Moment. Hier. Hier nichts machen kann. Eigentlich musste ich hier erstmal alles machen Leute. Ich musste hier jetzt ein Lächer zu machen. Ganz normal er sagt. Und der Musiker auch noch. Hier ist der Drasengott. Okay. Und weiter geht's. Oh. Und der Chip ist kaputt. Cool. Gut. Neue Kraften. Ach das muss ich auch noch mal alles zu machen. Hier wird es das nächste Mal. Hier wird erstmal eine neue Schippe machen. Hoch. Mit voller geht's ja nicht. Achja. Ja ja. Ja ja. Shut letzte. Ja ja, hab mal. Ja ja. das wollte ich jetzt nicht es ist es 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 Entschuldigung weil ich jetzt nicht reden Entschuldigung Entschuldigung ich muss jetzt alles abbauen diese Größe muss sein Und wenn ich erstmal alles wieder neu machen muss, ich muss gleich noch mal eine Schwimm machen. So, ich gerade. So, ich zeige. Gut, ok. Eine neue Schöpfe brauche ich, es wird schon wieder dunkel, aber erstmal markt das Loch hier zu, wann er steil ist. Geben wir gleich ein Bettchen. Ein so blöder Keeper, der hier alles kaputt gemacht hat, joo, was bist du denn für einer? Und dennoch eine Spinne! Bloß weg hier! Und viel drinnen, nein. Boah, ey Leute, was war das denn? Ach, bevor ich jetzt schlafen gehen, doch noch kurz, ne, was ist denn? Gott. Jut, die Nacht. Boah, was war das denn? Mama! Jut, ok. Eine neue Schöpfe brauche ich. Jut, da ist die ja. Das ist weg. Das ist weg. Das ist weg. Ok. Gut. 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 Okay. Und weiter geht's, Leute. Gut. 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 Hoppala Jetzt Ach man, Erde Jut, jetzt geht's wieder weiter Okay, ich seh schon, meine Zeit ist schon wieder um Jut Leute, ich sag erstmal Tschüss für heute Und bis zum nächsten Mal Okay, ciao, ciao